Musik 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 Guten Morgen Ich hoffe ihr hört mich und über Sofie uns gerade hier alle Und wir waren heute zum ersten Mal im Bandtropfen und es ist wirklich richtig cool hier Ab heute fängt eigentlich so das Programm an Wir werden heute abends nämlich in den Poste schlafen Ich nehme euch heute wieder den Tag mit und hoffe ich kann euch ein bisschen Eindrücke mitgeben was wir hier so machen konnten oder so machen können Musik 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 So meine Lieben, wir sind jetzt im Sand Hostel und hier schlafen wir heute Nacht, sieht richtig cool aus und wenn man raus geht ist man einfach direkt am Strand und morgen machen wir richtig coole Sachen wie surfen und das ganze, ja ich bin schon super gespannt aber mit dem Glide bin ich nicht Ich bin wirklich 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 happy, dass ich mag das Gib diesem Video ein Daumen hoch Gib diesem Video ein Daumen nach oben Gib diesem Video ein Daumen nach oben Halt Guck Musik 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 Good morning in the morning Morning Erste Nacht im Sand Hostel oder was heißt erste 1.6. Nacht im Sand Hostel Es ist 7.00 Uhr und wir werden jetzt Yoga machen machen. Das ist schon geil. Guck mal. Da hat er am Strand genau. Und hier werden wir jetzt Yoga machen. Yay. Die Location ist echt geil. Das ist echt cool. Schade, dass das Hostel nur noch heute Nacht hier steht. Das war, glaube ich, einfach nur so eine Promotion. Die erste Nacht. Dann heute Nacht. Also gestern Nacht. Und heute Nacht kann man das sogar buchen. Und da kostet die Nacht 7,90 Euro, glaube ich. Ja, ganz cool. Ja, und jetzt machen wir Yoga. Bella schläft noch. Ich glaube, sie hat keinen Bock auf Yoga. So, unsere Yogastunde ist vorbei. Und ich weiß, Yoga ist zwar ganz cool, aber ich bin einfach nicht so sportlich. Und jetzt trinke ich hier einen Smoothie. Einen Green Smoothie. So, wir haben jetzt gefrühstückt und es war so lecker. Ihr habt ihr gesehen. Es war so, so lecker. Ich finde, hier im Urlaub schmeckt alles viel besser. Ich weiß nicht, ob ich es nicht genau aufgeregt habe. So, wir können leider nicht schnorcheln. Und dann bin ich richtig traurig, weil das war irgendwie das Coolste überhaupt. Aber wir gehen jetzt kajaken. Yay. Auch cool. Wir kommen gerade einfach im Cocktails hingestellt und können probieren. Ich glaube, wir sind nachher alle bedroht. Und dann kommen sie nachher ein. Dann kommen sie gleich mal ein. Und dann kommen sie gleich mal ein. Oh, are you hungry on? It's good? It's so big. It's yum. I guess I have milk. Mac and cheese. Uh, it comes in and let me get that bigger. I'm on the phone. Ähm. Sheep and cheese. Pants and cheese. Bier, alcohol. Schau mal, wie schön es aber aussieht. Es ist so ein Orange und deshalb weiß ich gar nicht, was es ist. Mac and cheese and mac and cheese. Ich habe hier einen alkoholfreien Drink bestellt. Und zwar ist es Wassermelone mit Ingwer. Und es schmeckt soooo guuuut. Ich habe mich für Muscheln entschieden und die sehen so gut aus. Yummy. Das lasst mir jetzt schmecken. Yummy. So Leute, wir sind wieder essen. Was auch sonst. Und zwar probiere ich jetzt das erste Mal auszahnen, Leute. Schaut mal. Sieht gut aus. Ich habe gehört, es soll schmecken wie Kratzen. Ja. Ich habe gehört, es soll schmecken wie Puppe. Aber es ist unnötig. Und. Ich habe gehört, es soll schmecken wie Puppe. Und. Ich habe es noch in die Spannungen. Kinder zu zerstören. Ich habe dich, interessiert. Bis zum nächsten Mal. Das sehen musst du. Und die Puppe ist in die Spannungen. Lass dich das auch in die Spannungen. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein kleines Mal. Dimmst du. Dimmst du. Guten Morgen, heute fahren wir Tschetsky und als allererstes ist das Frühstück und das Essen ist jetzt so lecker, ich überlege mir sogar, nur ein Starry zu drehen, weil wir so viel essen und so viel leckeres haben geschenkt, aber ja, jetzt wird das mal gesuchstückt. So Leute, ich sehe aus wie so ein, keine Ahnung, wie sehe ich aus, kommentiert es mal unten in die Kommentare, das habe ich an, wir werden jetzt Tschetsky fahren, der Typ, der hat so schnell geredet, ich habe kein Wort verstanden, also ich habe wirklich gar kein Wort, okay, nee, nicht ganz, aber es war really difficult to understand this boy, because he is speaking so fast, ja, und ich bin froh, voll gespannt, ich freue mich schon voll drauf, hier, wir werden eine richtige Tour machen, sie geht eine Stunde oder so, und machen auch irgendwo halt, und ja, ich freue mich schon, haha, yeeeeh, haha. Oh mein Gott, ich zitter auf dem ganzen Körper, guck mal wie schnell das ist! Hey Leute, es ist so schnell, haha, oh mein Gott, ich zitter voll, es macht so Spaß, es ist richtig geil, man, hier, das ist mein Tschetsky, und, ähm, es ist echt aufregend, es macht echt richtig fun, es ist mein erstes Mal, dass ich das mache, und es macht so Spaß, ich bin gerade so glücklich, ich liebe es allgemein, wenn es schnell ist und so, ich finde es richtig geil, ja. Aber immer muss auch immer dazu sagen, also, ich hätte mich jetzt hier fast gerade runtergehauen, weil man muss sich irgendwie mit dem Bein festkranen, habe ich so das Gefühl, weil meine Hände haben eh nicht so viel Kraft, aber es macht mega fun, es ist wirklich toll, ich sage jetzt gerade voll. Oh mein Gott, es hat so Spaß gemacht, und jetzt sind wir hier auf einer Insel, sieht voll schön aus hier, meine Haare sind nicht on point, aber das ist ja an dem Urlaub egal, ähm, ja, so sieht es hier aus, unsere Jet Skis sind alle da aufgereiht, und jetzt kann man hier, ähm, Drink nehmen oder so, und dann chillen, Leute, ich habe einfach geheult auf dem Jet Ski, weil ich so voller Glück war, ich habe einfach angefangen zu heulen, es war so schön, die Mangroben sind dann voll schön, und, ähm, allgemein ist es so schön, ich bin richtig glücklich, dass ich das hier mitmachen konnte oder kann, und genieße es auch total, und bin für alles sehr, sehr dankbar, und jetzt gehen wir einen Drink nehmen. Bella, wie war's? Hat's dir Spaß gemacht? Ja! Ja! 75 war das schnellste, was ich gefahren bin. 75, das ging bei mir gar nicht. Ja, bei mir hat's auch voll oft bei 71 gestoppt, und dann aber irgendwann waren keine Wellen, und voll ruhig, und dann war's bei 75 dann. Ja, weil bei mir hat's bei 71 immer gestoppt. Ja. Dann gab's da so, oder da gibt's so einen, ähm, Sportknopf, und ich wollte den die ganze Zeit drücken, aber... Nee, nee, oh Gott. Ich weiß. Aber ich glaube, wie schnell wird es dann? Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es so viel schneller wird. Ich weiß, ich möchte noch fragen, wo ich immer noch fragen, wie schnell ich bin da fahren. Vielleicht beschleunigt's dann schneller oder so. Auf jeden Fall habe ich jetzt einen Saft. Man hätte auch einen Cocktail nehmen können, aber lieber nur noch Alkohol. Wir fahren ja gleich noch. Haha. So, jetzt geht's wieder los. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ich bin hier auf einem Jet Ski. Ja. Haha. Leute, da sind unsere Bilder. So bin ich gefahren. Oh, ja. Und so sah das aus. Oh, awesome. That would be great. Oh, I want it. I want it, yeah. Wir haben jetzt ja mit diesen Tüfern eine schnelle Dusche gemacht. Wir haben jetzt gerade geduscht mit Abschwingtüchern oder Babytüchern. Und jetzt werden wir essen. Nur, das sieht so schön aus. Ich habe euch ein bisschen gezeigt. Hier oben sind Türme. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Ja, das Jet Ski fahren war richtig richtig cool. Ähm, es hat voll Spaß gemacht. Es war voll schön. Und die Mangrofen waren voll schön. Und da waren richtig reiche Häuser. Reiche Häuser. Da waren Häuser, die haben... Die kosten ungefähr 14 Millionen Dollar. Bälle. 14 Millionen Dollar. Das werden wir niemals im Leben haben. Vielleicht. Vielleicht geben wir einen Lotto. Ja, stimmt. Im Lotto. Lotto wäre jetzt schlecht. Aber ich spiel nicht mehr Lotto. Ich spiel schon. Da können wir auch nicht gesehnen. Ja. Oh, das war echt. Vorher. Ja. So, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgeruht. Geduscht natürlich auch. Und ich habe hier was Cheeriges an. Ich brauche kein Glätteis. Ähm, ich lasse einfach in meinen Kopf. Ja. Hier sieht es mittlerweile so aus. Aber unser Hostel ist echt voll schön. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht richtig gezeigt. Einfach ganz simpel. Ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf ein... Schon wieder essen. Und zwar auf einen Street Food Markt oder so. Und da bin ich schon ganz arg gespannt drauf. Ich meine, ich liebe Essen. Und ich finde es auch ganz toll, dass wir ganz so viel essen. Aber irgendwann ist es voll und dann geht nichts mehr. Aber da gibt es auch Cocktails und so. Und das war auf jeden Fall mega, mega cool. So, meine Lieben. Das war jetzt auch schon unser Vlog. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Hostel wird, dass ihr uns das ermöglicht habt. Vielen Dank. Australien ist wirklich wundervoll. 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 Und vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr das Video reingeschaut habt. Und ich hoffe, euch haben die Eindrücke genauso gut gefallen, dass es uns Spaß gemacht hat. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.